Ähm, ja, wenn wir da gerade irgendwie in einem ganz wichtigen Kampf sind, wenn wir vor einem Boss stehen und der sich in der nächsten Runde heilt und, ne, nur, nur noch, ähm, Giesche angreifen kann, was sie jetzt auch nochmal probiert und dann, ähm, oh ja, irgendwas funktioniert hat, 14 Punkte sogar, krass, ähm, ja, und nur Giesche angreifen kann, mit Level Up, schön, ähm, ja, und dann halt, äh, bewegungsunfähig ist. Das ist echt blöde, dann. Righty, it's true. Ja, super, it's true. Hey, hey. Gates. Er ist aber nicht mit, äh, nicht Bill mit Vornamen, oder? Schnell. Und noch ein Gladiator. Du, du. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den jetzt noch mit ins Team zu holen. Aber ich würde sagen, ähm... Hum, 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 hum. Ähm. Das macht ihn jetzt. Nein, nein. Was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Jetzt bin hier vollkommen, äh, Q oder so. Ähm. Ah, aber wir haben ja dann dafür noch einen Fernkämpfer, oder ja, Fern- Schrägstrich Schrägstrich Nahkämpfer und der ist eigentlich Kaching würde ich gerne drin lassen erstmal, wenn nicht noch ein Besserer kommt Weil der ist eigentlich recht in Ordnung, würde ich sagen Und ich würde auch sagen, es geht weiter im Text So Oh Achso, das ist ein Minotaurus Von hinten, ich dachte gerade Cool, ein Tigermensch Der sieht gut aus Wieso habe ich den nicht bekommen und diese Fluffelkatze da Oh Gott, die mit dem Joker grinsen Fizzle Balls Okay Das glaube ich nicht, Freunde Das glaube ich nicht Frabbel? Frabbel? Ach, jetzt habe ich den automatisch drin Toll Das ist doof Das gefällt mir nicht so Naja Okay, also sie hat ihre komischen Fallen ja aufgestellt Sie persönlich ist jetzt natürlich weg Feiges Pack Und Na, wenn da ist eine Okay Das ist hier hinten auch noch eine So, das ist unser Fizzle Ball Der wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wie diese Prisma Blumen aus dem zweiten Teil Wahrscheinlich hier Wahrscheinlich hier Waage und senkrecht da Wie so ein Wie so ein Turm im Schach Attackieren können Könnte ich mir gut vorstellen Und das über lange Distanz Hm So stelle ich mir das Ding jetzt persönlich vor Wie stark sind denn diese Kanonendinge? Ja, ich würde sagen Wir greifen einfach mal an Hier sind nichts weiter Oder wie meint das hier Am besten Hm Ich glaube ich greife erst mal das Teil an Genauso mag ich das Der Hof ist wahrscheinlich auch voll mit irgendwelchen Fallen Könnte ich mir vorstellen Wahrscheinlich die noch nicht In diesen Fizzle Balls hier irgendwo platziert Denke ich zu mir Oder so würde ich es machen vielleicht Na so ausgedrückt Das ist wahrscheinlich auch voll mit dir Ich bin gerade Genau, dann bekämpfe ich jetzt erstmal hier die Fluggebönse da. So, jetzt mal was trinken. Nein, Leute, jetzt bin ich hier aber komplett im Zug. Ähm, so. Ja, den lasse ich erstmal noch hier. Ja, super, die kommen auch schon an. Das ist komisch. Das ist gut. Die auch schon. Schön. So, den mach ich auch gleich schon mal platt. Die böse Fee. Oder Feen-Typ. So. Bob, Bob. Ja, Malfair. Ach, Malfair kann auch mal angreifen. Wieso nicht? Hat ja sonst nichts zu tun, sag ich mal. Oh. Mensch, Mädchen. Nicht schlecht. Toll, jetzt kann er nicht. Ich. Ach man, der ist ja ziemlich lahm. Ach. Äh, was hat der eigentlich hier für eine Waffe? Okay. Okay. isch. Wie? 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 Bödes Mist wie ich. Komm, nochmal. Schade. So. Dann kommt die Tücher mal hier hin. So, jetzt aber. Haha. Das war die Rache. So, Wendy kann einfach mal angreifen. Einfach so, weil sie es kann. Ach, war ja nicht schlecht. Gar nicht mal so übel. Jetzt kommt Siggi. Oh, ja. War doch gut. Und die Tox Level 2. Okay. So. Angriff. Ach, das gibt's doch nicht. Doofe, blöde Viecher da. So, jetzt aber hier. Komm. Machen platt. So. 34. Schön. Schön, schön. So, die Dinger bewegen sich.